so und damit begrüßen sie euch alle ganz herzlich hier zu einem neuen kleinen video von linux windows und mac hilfe wobei so klein wird das video vielleicht gar nicht heute mal mit den neuerungen in ubuntu 24.10 und zwar ist das ja heute erschienen oder gestern oder vorgestern oder so wie nachdem wann du das video guckst und wir werden jetzt hier wenn wir das ganze installiert haben auch begrüßt mit willkommen bei ubuntu 24.10 da klicken wir hier auf weiter ich möchte die systeminformationen teilen da sehen wir übrigens auch noch den bericht anzeigen also was quasi alles mitgeschickt wird dann können wir noch das appcenter öffnen und auf fertigstellen klicken und dann ist das ganze soweit durch so die allererste neuerung ist sicherlich dem einen oder anderen beim hochfahren schon aufgefallen und zwar betrifft dass das 20 jährige bestehen von ubuntu genau und zwar dazu habe ich ein video oben gemacht am besten das angucken da werde ich jetzt in diesem video nicht drauf eingehen einfach mal hier auf das klicken hier oben da werdet ihr zu den ganzen easter eggs weitergeleitet welches ubuntu 24.10 nämlich zu entdecken gibt eine homage an das allererste ubuntu 4.10 was ende fast ende 2004 das licht der welt erblickt hat zwei weitere neuerungen befinden sich so ein bisserl im unterbau und zwar dafür gehe ich jetzt immer auf start dann auf terminal und gebe ich hier den befehl neo feature ein das habe ich natürlich schon installiert und als erste neuerung springt uns hier sofort der ganz ganz frisch und freudige linux kernel in der version 6.11 entgegen das heißt also ihr habt jetzt noch besseren hardware support und auch in spielen sollte es doch deutlich performanter laufen da ubuntu da einige verbesserungen auch mitbringt auch für spieler beziehungsweise die firma canonical die dahinter ubuntu sitzt und natürlich haben wir natürlich auch hier als desktop umgebung genau in der version 47.0 also das aktuelle gnome wird auch mitgeliefert und das im zusammenhang ist wirklich weltpremiere weil normalerweise gerade aus den linux kernel angeht fährt man bei bunte nicht den top aktuellen weg in dem fall fährt man ist den top aktuellen stable weg und das ist doch eine ganz ganz gute sache wie ich finde die weitere neuerung betrifft den anwendungs manager wenn ich nämlich hier an klicke dann sieht er nämlich jetzt so aus hat sich jetzt nicht so viel geändert die buttons sind hier habe ich so ein eindruck ein bisschen größer geworden ist es natürlich auch für touch optimiert oder wesentlich optimierter für touch des weiteren haben wir jetzt die möglichkeit auch zu sagen hey ich möchte gerne drittanwendungen installieren über punkt deb beziehungsweise drittanwendungen die mit einer punkt deb datei ausgestattet sind also eine ausführbare datei ähnlich wie unter windows die punkt exe datei das heißt also ich kann jetzt über den store auch ganz normale punkt deb dateien installieren von unbekannten quellen quasi was vorher so nicht ging und was auch neu ist wenn ihr eine snap anwendung installiert dann seht ihr diese snap anwendung auch natürlich in nicht nur hier in der leiste sondern während der installation auch den fortschrittsbalken und das finde ich ganz ganz toll das ist eine schöne sache das sollte ich einfach nur noch gesagt haben was da noch dann dazu kommt die nächste neuerung betrifft vor allem den punkt sicherheit und zwar werden das jetzt einige windows user von euch kennen dazu gehe ich hier auf start und habe hier das security center und kann nun hier quasi über den schieberegler sagen dass mich das system benachrichtigen soll wenn eine app system berechtigungen braucht das heißt also ich aktiviere das mal damit ich euch mal zeigen kann das kann natürlich jetzt ein paar sekündchen dauern da zeige ich aber mal wie das ganze so aussieht wenn system berechtigungen erforderlich sind und zwar habe ich jetzt einfach mal den thunderbird versucht aufzumachen und jetzt fragt er mich quasi hey wo darf er überall zugriff haben dass er das das erhält uns doch so ein bisschen wie die windows systemsteuerung das ist einfach zur info ich kann es auch verweigern ich kann immer zulassen und kann hier noch verschiedene sachen einstellen ich in meinem versag gerne einmal verweigern und dementsprechend öffnet er mich hier natürlich trotzdem in thunderbird aber ich wollte euch nur gesagt haben das ist auch eine neuerung die in ubuntu 24 punkt 04 einzug hält die ich gar nicht mehr so schlecht finde aber man hat da auch ein bisschen bessere kontrolle über sein system des weiteren haben wir natürlich noch diverse verbesserungen in der stabilität des systems sowie diverse bug fixes natürlich ich habe jetzt mal die release notes mal unten in die video beschreibung gepackt genauso wie im verlinkten artikel wenn da soweit online ist werde ich ihn verlinken was natürlich auch eine neuerung ist jetzt hätte ich das fast vergessen ist der fingerabdruck scanner heißt also wenn ihr geräte habt mit fingerabdruck scanner dann sollte da auf jeden fall deutlich deutlich eine verbesserung auftauchen wenn es um die notbenutzung geht weil ihr wisst ja linux und fingerabdruck scanner ist immer so eine sache das einfach nur zur info das sollte sich auf jeden fall noch verbessert haben da könnt ihr ja mal testen und mal gucken ich werde es auf jeden fall auch noch testungen gegebenenfalls ein video machen weil ich habe ein laptop mit dem fingerabdruck scanner so das war es soweit was ich euch noch zeigen wollte bevor es aber war bevor ich aber hier abhaue wenn ich hier auf start klicke hilfsprogramme haben wir hier eine anbindung sysprof und sysprof ist vor allem für entwickler gedacht also eigentlich gar nicht so für uns endanwender da kann man verschiedene sachen testen ob die stand halten oder nicht oder 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 da könnt euch selber so ein bisschen reingucken fuchsen das ist einfach zu info was wir natürlich auch noch an einigen neuerungen haben ist natürlich das darf man nicht vergessen wir haben natürlich auch diverse neue hintergrund bilder da könnt ihr euch mal selber so ein bisschen rein fuchsen wir können aber auch mal zusammen uns das ganze anschauen rechtsklick und hintergrund ändern da sehen wir hier auch schon wir haben hier diverses der hintergrund bilder und auch diverse akzentfarben jo dann war es das soweit von dem video zu den neuerungen in ubuntu 24.10 genau bevor ich vergessen habe ihr kriegt natürlich nur neun monate support das wollte ich noch erwähnt haben also das war's bin gespannt wie es euch gefallen hat und sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss